Ach ja, es fühlt sich schön an, hier ist Geschäftsmann in mein, in mein Tower Jesus zu wissen und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Apollo hier Ähm, und, äh, ja, ich habe jetzt so eine Art Büro, mehr oder weniger, okay, Grease not, äh, not open, okay Ich habe so eine Art Büro hier, und, äh, ja, hier kann man so mehr oder weniger rausziehen auf meiner Plattform hier Und hier habe ich schon ein bisschen weitergeworden, nämlich, und hier habe ich schon solche Bookshelves, nämlich, also so, wo man Bücher reingehen kann Nämlich, wenn man hier hoch geht jetzt, ähm, wollte ich nämlich, warte mal Ah, ich habe hier, stimmt, ich habe hier da oben noch keinen Aufzug, auf jeden Fall ist da oben so eine Art, äh, warte, ich kann hier runtergehen Ein Stock hier, äh, nämlich, ist hier unten so eine Art Dings hier, äh, hier oben so eine Art, äh, da baue ich praktisch eine Grünfläche hier drauf Auf das Teil, über den praktisch, über den, der Fläche ist noch eine Fläche, und da will ich so ein Dings bauen So ein, äh, warte, vielleicht sehe ich nur, dass da oben nachher, so eine Art Grünfläche, wo ich Bäume anpflanze und so Und hier, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, noch nicht ganz hier, was ich, äh, was ich machen will Und, äh, genau, wer weiß noch nicht, weiß hier, Julianus, 30 Punkt Job hier Für den saftigen Franzl Match, für den, äh, für den besten Pullover hier überhaupt Ja, 30 Punkt Job, hier gibt es auch noch coole Federmäubchen im Hintergrund und Tassen Und, äh, ja, ich, ich habe letztens, ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, wann genau das Video kommt Aber ich habe in einem Video hier gezeigt schon, äh, ist einfach richtig flauschig, der Pullover Der hat einfach innen so eine Art, also nicht wirklich Wollschicht, aber so eine, so eine Art Wollschicht, der richtig flauschig einfach ist So wie Dings hier, so wie das Schaf von uns, das Goldie heißt Und genau, ich habe schon das erste Fanart hier eingeblendet, hier eingeblendet Aufgegangen hier, nämlich von, ähm, Wollpix-Draw Das ist ein richtig cooles Fanart, wo ihr Hades sitzt, wo ihr Flo einfach liegt Wo ich hier sitze, ne, warte, das ist Topes hier Und wo ich hier auf Easy, auf Easy, äh, hier herangehe Und, äh, ich glaube, das ist Loki hier Und, äh, ja, ähm, ja, auf jeden Fall ein richtig cooles Fanart hier Und, okay, dann gehe ich jetzt erstmal runter, wie gesagt, wenn ihr, äh, noch irgendwie ein Fanart malen wollt oder so Tagt mich auf Instagram oder auf Twitter hier, wie hier eingeblendet Ähm, dann, äh, ja, dann werdet ihr auch aufgehangen in den Fanartraum hier Und, so, dann gehe ich hier nochmal hoch Und, genau, heute wollten wir eigentlich, äh, bei den guten alten Topes einbrechen Nämlich haben wir gesehen, dass wir, dass ihr irgendwie, äh, solche, äh, Locked Chests habt Hat, äh, und deswegen habe ich hier auch Key Panels Nicht, wenn man Oak Chest, ähm, macht Also praktisch hinplatziert, ein Key Panel rechtsklick drückt Ähm, hat er praktisch, äh, ist es praktisch, warte, ich gehe mal den Helm runter Ist es praktisch so eine Art, äh, gelockte Chest mit einem Code oder so Okay, ähm, ja, wer es vorher hier vorhin nicht gesehen hat Da haben wir irgendwie Götter, kann man unbedingt rechts oben bei mir auschecken Und ich habe hier schon mehr oder weniger den, äh, Dings ja fertig gebaut Mehr oder weniger halt den, die, die, wie heißt das So eine Art, äh, Wand herum Und, genau, ich habe hier aufgehangen, nämlich, habe ich hier aufgehangen Äh, hier könnte ihre Werbung stehen Nämlich, habe ich, ich habe eine Idee Ein Flo, rein theoretisch, wäre der, der hätte auch merchen, so Kann ich eventuell Flo, äh, Flo so anbieten Äh, ja, äh, äh, ja, weil ich kann so einen Werbezauber machen Ich kann das praktisch sagen, ja, äh, das ist dann T-Melone, das ist dann wieder aufgehangen Und dafür kriege ich einfach Geld und kann mir Chunks kaufen Wie cool ist einfach das Ich finde das ein richtig cooles Prinzip Und, genau, hier ist noch so ein, äh, habe ich noch so eine Himmelstür gebaut Und, äh, ja, und da vorne beginne ich, wie gesagt, schon ein neues Haus Und ich wollte eigentlich jetzt mal schauen Ist, äh, äh, ist cheap Ist Gold, Goldie hier gerade Zuhause, Goldie? Oh, hallo, Goldie Äh, was steht hier? Der heilige Block von, äh, der Block Gold von Okay, der heilige Gold Block von, äh, Goldie Ja, äh, guten Tag, ja, äh, Dings, Goldie Ich hoffe, dir geht's gut Ich hoffe, du hast nichts irgendwie von der, von dem Ausbruch, äh, Dings, ja Weil, äh, das Schwein hier von Izzy ist hier wieder befreit worden Und, ja, 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 ähm, was ist mit, was ist mit der Schaff Äh, äh, ja, der heilige, ja, der, 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 der Gold, der Gold Block, ja, ja Das magst du, gell Äh, ich weiß nicht, willst du ein bisschen rauslaufen Weil, ihr habt doch geschrieben hier irgendwie, ja Äh, lass es ein bisschen rauslaufen Kannst ein bisschen rauslaufen Wieder, äh, ja, kannst ein bisschen, ein bisschen rumlaufen Komm, halt einfach nachher wieder zurück, wenn es Nacht wird Äh, ja, äh, okay Genau, was ich noch sagen wollte hier Ne, ich habe dir vorige Folge, ähm, hier, ähm, wirklich nie Also, niemand, wirklich niemand Also, vor zwei Folgen schon, äh, äh, niemand, wirklich niemand Hat, niemand Kommentare geschrieben Nämlich, hier ist eingeblendet von ItsDenise Der beste, äh, also der, wasgeleichteste, äh, äh, kommentar hier Von ItsDenise, niemand Wirklich niemand Nicht mehr Floh oder Sobbs Julian, muss einfach, muss einfach sein, Gott füttern Also, richtig cool Und, äh, ja, nachher, hat auch Silversleer geschrieben Niemand, wirklich niemand Julian, gibt den Schafffleisch zu müssen Obwohl, äh, obwohl Schaf, äh, ohne Fleisch, äh, keine Fleischfresser sind Äh, ja, ich finde auch richtig lustig Ihr könnt immer wieder hier solche Kommentare schreiben Und, äh, ja Und Tipps hier unbedingt für den Tower hier in die Kommentare schreiben Äh, so Ähm, hier ist ihr noch ganz Fanat Wie gesagt, jonas330.shop Hier, ähm, jonas330.shop Jonas330 und jonas330 Unterstrich official hier auf Instagram So, ich wollte jetzt noch schauen hier, genau, nehm ich Ähm, auch eine 30 Minuten Plus-Folge, war nehm ich vorige Folge hier Äh, 30 Minuten Plus-Folge, kann ich claimen Jumai, so, äh, dadurch hab ich Richtig viel Geld bekommen, so So, 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 genau, ich hab schon 145 Geld, so, also dollar Äh, jetzt möchte ich nämlich Diamond Box Contains Rare Vanilla Dings, was kann ich kriegen Diamond Gunpowder Slimeball, okay Ich mach's halt hier auf die Chest, dass ich gucken Oh, einen Diamond Spitzack mit Silk, oh mein Gott, Leute Wie viel Glück kann man einfach haben, grad, oh mein Gott, okay Diamond Spitzack mit Silk Dutch, okay Also hier, lol Ich kann jetzt einfach auch zum Beispiel, äh, okay Ich weiß nicht, ob ich Gras abbauen kann, ob das auch funktioniert Aber wenn Stein funktioniert, das, tatsache ich kann auch Gras hier abbauen, ich kann, das kann ich auch Irgendwie beim Shop oder so, benutzen, aber wie geil Ja, einfach, so, äh, und ich hab hier die Chests verbessert By the way Und, äh, genau, ich hab hier noch relativ cooles Und, so, äh, ich hab hier mal ein Dings Den Auftrag kann ich eigentlich auch reingeben Und ich muss, ich hab überlegt, dass ich jetzt Demnächst einfach richtig viele Quests mach Und einfach die ganzen Chunks gekläme Wenn ich halt, äh, ja, wenn ich halt Äh, dass ich halt die kompletten Tower hier Umrande mit Chunks Dass ich, äh, Dings, dass ich einfach hier, äh Dass keiner mehr einbrechen kann Die ganzen Chests gebe ich nachher einfach hier nach oben In den Tower Und, so, ich glaub ich Irgendwann die Quests hab ich noch gesehen Äh, haben wir schon gemacht Forscher, finde ein Dungeon Genau, das haben wir schon gemacht Forscher, finde ein Dungeon Äh, Detect, äh, Claim So, äh, Claim Erdo So, haben wir noch eine Iron Box hier Ähm, so, nämlich So, bam, bam, bam Kann ich hier gleich reingeben wieder So, so, so So, haben wir schon 175 Dollar Können wir gleich wieder einkaufen gehen Mehr oder weniger Ähm, genau So, was hab ich hier denn noch Ich hatte noch irgendwas Coole Ich glaub erfolgreich Töte ein Spiel Okay, hab ich noch nicht Team Okay, hab ich noch nicht Ich muss eben nicht wirklich Dings aufnehmen Okay, und ich hab Flo gekillt Das heißt, ich kann das hier nehmen So Und, äh, krieg hier wieder ein Dings Und ich hab 50 Dollar bekommen Lol, was? Ein Cratesort Dings Was hab ich bekommen? Oh, Diamond Cratesort Was? Das macht mehr Damage als Mainz Was? Okay, Leute Leute, ich weiß nicht Wie viel Glück hier bei, äh Ich weiß nicht, wie viel Glück Ich meine hier bei den Boxen haben kann Aber einfach Diamond Cratesort Wie groß ist das? Ich hab ja Emerald gehabt Und jetzt hab ich Diamond Wie cool einfach Das macht einfach 10 Attack Damage Was? Okay Äh, ich leg's mal hier wieder rein Weil, äh, Schwerten Die Spitzhacke kommt eigentlich hier oben rein So Eine Spitzhacke So Aber wie cool einfach Okay, ich hab jetzt richtig viel Geld schon So Ich hab jetzt so 275 Dollar Wie cool Okay, äh Was hab ich hier noch Äh, zum Dingsen hier Äh, Krieger Töte 25 Zombies Okay, jetzt kann ich eigentlich auch demnächst machen Genau Da brauch ich noch Nämlich, ähm, einen Blast Furnace Ein Blast Furnace Macht sich, glaub ich, nämlich ganz einfach Blast Furnace Blast Furnace Ähm, so Mit einem Ofen mit, äh, Smooth Okay, ich muss da Cobblestone schmelzen Hab ich noch irgendeine Cobblestone? Ich hab sicher doch irgendwo noch Cobblestone Okay, ich hab nicht mehr so viel Cobblestone Ich kann eigentlich gleich Äh, äh, Stone hacken Weil ich hab ja schon die gleich Äh, ich hab ja schon die Dings hier, gell Dann kann ich hier Stone hacken eigentlich gleich Ich hab ja hier so, äh, die Dings schon Aber wie macht man das? Blast Furnace So So, das heißt, ich muss die schmelzen Okay, das heißt, ich brauch nur drei, glaub ich einfach Äh, so, genau Nur drei Dings hier Und ich jump noch, glaub ich, ein bisschen höher mit der Rüstung Genau Ich hab grad einen Helm runter, weil es ein bisschen, äh, komisch hier Wie gesagt, du hast den Rest.Shop für, äh, coolen Merch hier Für die coolen Tasten Und es gibt auch Rucksäcke Oh, äh, hi, äh, hallo, äh, Zeiss, äh, guten Tag Äh, bevor du mich anlauerst hier, als du dein Dings Ich hab eine Aufgabe für dich, okay Äh, eine Aufgabe, okay Aufgabe ist natürlich immer gut Äh, soll ich dir mal kurz ein neues Essen Äh, esse wie du, esse wie du Äh, ich, 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 rat mir schnell einfach kurz, was zu essen Ja, ähm, ich hab ne Äh, ich, achso, ich, ich, ich hab, ich habe zwei Spione von Hades entdeckt Okay Sie befinden sich auf der großen Wiese im Osten Warte mal Wo ist Osten? Äh, das ist, äh, Süden, Westen Norden, äh, okay Töte sie, okay Sü, Süden, Süden, West, nicht Warte mal Oh, 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 äh, nicht Ohne Seife waschen Okay, hier ist ohne, okay Äh, das heißt Ich, äh, nehme da schnell die Dings hier Äh, äh, ein bisschen Acer Reduce So, so, so Dann leg ich das noch schnell ein Äh, wo ist denn das Dings? Das, äh, pflanzliche Hier ist es Den ganzen pflanzlichen Dings Dann leg ich das schnell hier ein So Genau, das heißt, wir brauchen jetzt noch Warte, ich schmelze hier gleich noch Die drei, äh, Stoneblöcke Dann kann ich das gleich machen Obwohl, habe ich Eisen? Ich glaube, ich habe nicht wirklich Eisen Ähm, genau So Das heißt, ich gehe im Osten Eine Wiese, eine Wiese Warte, ich gehe mal gleich hier hoch Äh, so Eine Wiese im Osten Äh, 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 aber hier ist noch nicht im Osten, Junge Okay, ich glaube, ich glaube, ich meine die Wo ist es sonst noch irgendwo einer? Da ist einer, aber das ist nicht Osten, oder? Das ist Westen Ich glaube, Wiese Ich glaube, ich meine die Wiese hier drüben oder so Denke ich Äh, okay, warte mal So So Und So Ich denke, hier die Wiese Drei Wäther Zwei Wäther Okay, jetzt Hier ist einer Drei Wäther Wo ist der dritte? Okay Ich habe mir vorher ein Wäther, okay Ich denke, die sind das Okay, drei Wäther Okay Ich glaube, die machen nicht so viel Damage Oh, doch, katsache Ja, obwohl, ein halbes Herz-Damage Soll nicht kommen, oder? Warte Ah, nee, ich komme, muss ich Die gehen nicht kommen Nice Okay, sind sehr aggressiv, aber Oh, okay, okay, okay Alles gut, alles gut, alles gut Solange ich noch Essen habe hier Okay, okay Ich glaube, das wird der ultimative Bosskampf Ähm, so Alright, so Ähm Oh, nein So Hallo Kommen wir runter Okay, die schießen sich, glaube ich, sogar selber Aber die healen sich, gell? Aber ich habe keine Böe Äh, keine Pfeile Dings, äh Toys Kannst du mal kurz kommen Mit mir ein paar Pfeile vorbeibringen Weil die healen sich Was nicht gut ist Oh, nein Pfeile werden echt Dings Ich weiß nicht, ob es Gegen Explosiv-Schaden sind ja nicht Ja, die hauen mich ganz nicht hier Rüber Soll ist, äh, kannst du kurz vorbei kommen Wenn du, äh, ich hast Soll ist Das Ding ist die ganze Gänze hoch Ich kann ja Aber eigentlich keine Chance Obwohl meine Rüstung Extrem stark ist hier Ich hoffe hier Soll ist, kannst du mir irgendwie helfen? Ich kann irgendwie nicht abschießen Oder so Äh Hallo, hallo, hallo Oh, hi Hi Size Äh, okay Bogen, Bogen, Bogen Okay, ähm Ja, oh, lol Was ist das für ein Bogen? Äh, äh, äh 15 Damage Draw time Holy Arrows Okay Ich hoffe, ich kann den mit Den killen oder so Hier benutzt du die Waffe Okay Ja Oh, oh Ich hoffe, ich kann den irgendwie killen Ein bisschen sterbisch macht der Okay, muss ich draufgehen Draufgehen auf den einen Der ist aggressiv Oh, ich sterbe gleich Ich sterbe gleich Schnell essen, essen, essen Oh, ich sehe gerade Ich habe es noch in den Tag, gell Ich glaube, der hat mich irgendwie Er hat es irgendwie jemanden im Tag gegeben Das heißt Ähm, okay Okay, ich schaue gerade Das ist irgendwie, oh Okay, das ist irgendwie Äh, jetzt nicht Ich noch etwas weiter Oh, leider Das sprengt ja alles weg, gell Jetzt habe ich mit Falschen Bogen geschossen Warte Ich brauche noch so eine Art Mauer Okay Ich muss immer Immer wieder essen Okay, äh Ich weiß nicht, ob ich jetzt Äh, wirklich Kriege eigentlich Oh, nein So Okay Äh, ich mache nicht wirklich damage So, jetzt glaube ich brauche Wieder deine Hilfe Oh, oh Ganz gar nicht gut So Aber es ist richtig Die sind richtig schwer Die explodieren Lass dir alles explodieren Äh, Zeus Hilfe Fliesig Ich Dann sterbe ich Oh, nein Ich mache dir gar kein damage, glaube ich Aber die hielten sich wieder hoch, gell Okay, so Äh, Zeus Äh, kommst du bitte Oh, nein Ich glaube, dass wir Nach Hause gegangen, oder Oh, nein So Eigentlich Ich muss halt einen Fokussieren Okay, ich fuchsiere den einen Oh Die hielten sich halt wieder hoch, gell Ich glaube, ich mache eh genug Schaden Ich hiel mich gerade nicht da Immer muss man alles selber machen Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß Muss mir irgendwie helfen Oh, oh Machst du damage überhaupt? Macht der damage? Oh, nein So, äh, und so Ja, ich glaube, der macht damage, oh Ja, 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 ja Okay Oh, oh Ich, ganz, 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 ganz So Oh, ich glaube, das ist Rage-Mode, das ist Rage-Mode, das ist Rage-Mode Oh, nein, oh, nein Schade Reingehen, oh, oh Das ist Rage-Mode Okay, ich mach die Taktik Ich mach die, mach die Profi-Taktik Oh, nein Oh, nein, oh, nein, oh, nein Schade, essen, essen, essen Oh Okay Okay Okay, beide sind Rage-Mode Okay, ich renn mal weg, ich renn mal weg Oh, nein Äh Noch ein Bomb Oh, nein, ich hab wenig Leben, ich hab wenig Leben Okay, ich hab die Oh, nice Ich hab die Profi-Taktik Nice Ich kann mich nicht Ich hiel den, glaub ich, oder? Oh, nice, doch Ich hab den einen am nächsten gleich Oh, nice Okay, ich hab einen Oh, Leute, der hat irgendwas gedroppt auch Nice Das ist ja auch die extreme Profi-Taktik Oh mein Gott Okay Okay, so Bam, bam Heute liegen wir rot, so Schaffst du es? Ja, ich schaffe es Alles easy, alles easy Nochmal danke für deine Hilfe Äh So weit, dass ich mich Äh, Essen gestört hab So Oh Nice, Leute Wir haben ihn auch gekillt Was ich da Oh, ich hab Nether-Sterne gekriegt Basic Case Was ist das? Lol Ancient Spielsacke Mining Speed 7 Warte mal, wie schnell ist die? Mal kurz testen Oh, lol, wie schnell ist die? Lol Aber Ist halt extrem cool Warte mal, wo geht er? Da vorne ist noch Wider 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 Böse Wider Er kommt Ich glaub, ich kann den auch noch killen Ich glaub schon, oder? Ich hab noch Nicht mehr so viel Essen Geht glaub ich auf die Dings hier Geht auf mich? Ich denke nicht, oder? Äh So Ja, ich lass ihn mal irgendwie da und dort sein Äh, hoffentlich stellt er irgendwie nichts an hier Äh, okay Ja, ja, ja Soll eigentlich hier irgendwie passen Ähm, okay So, äh Okay, was auch immer hier passiert ist Okay, ich hab mir jetzt so eine Case Okay, was kann man kriegen? Heroes Spore Ich glaub, hier ist das Ne, Blast Spore Heroes Spore kann man kriegen Bitte, bitte, bitte Oh, so ich kriegt Heilian Shield Repairs with Ein Inglot Aber wir haben so ein Shield jetzt, gell War richtig cool Quality Arcane Okay, wir haben so ein blaues Item gekriegt Ah, das ist, das geht, das geht Was wir kriegen Äh, orange heart Aber mit goldenen Apfel kann man so ein Dings machen Mit so ein Herzkatheter Wie machen wir den? Herzkatheter Okay, der Der ist relativ schwer zu machen Okay, aber was wird das hier einfach gerade Wie cool Okay, ähm Ich geh mal wieder zurück Hier irgendwie Ähm Zu dem guten alten Gott Hier, äh Hallo Ich muss unbedingt essen Demnächst mitnehmen Bei so einem Fight Äh Alright So Ich hab zwei, äh Stern, ich weiß nicht Was man mit dem alles machen kann Hier, äh Drei Warte mal Codebreaker Ich kann da eigentlich Hier, ähm Dings Oh nein Loading Spike Ich kann eigentlich mit dem Warte mal Kann ich nicht? Warte mal Ich glaub, ich kann mit dem Mit dem Dingsbreaker Hier mit dem Codebreaker Ich kann mit dem Tops einbrechen Bei die Chess Oh Und dann kann ich mir eine Eintracht Okay, Leute Ich hab'n Plan Ich hab'n Plan Äh Wir brechen nächste Folge Bei Tops ein Und, äh Ja, also Das schläft unbedingt Nächstes Mal auch ein Äh Dann brechen wir bei Tops ein Auch mit solchen Zwischen zwei solchen Code Dings Weil ich hab'n wir zwei Nähder Sterne Da brauchen wir irgendwie Diamanten Oh, hast du da getötet? Ja, hab' ich Nimm mal kurz schnell Äh, die Gute 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 Ja, ich hab'n Getötet Okay, äh Hier hast du den Bogen Eventuell Falls du nicht wieder willst Hast du den Bogen Äh Die Pfeiler behalte ich mir Das Beste Hast du Ja, ja, ja Ich hab'n Ich hab'n Essen Alles gut Hier ist zu Essen Ähm Warte mal Ich glaub' Ich Ich Nimm mich Nimm nächstes Gleich wieder hoch Ah, stimmt Äh Achso Leute Ich habe Die komplette Rüstung Nicht angehabt Wie dumm bin ich Protection from Poison and Badge Okay Äh, okay Oh, oh, oh Was gibt ihr mir? Emeralds Gold Diamonds Eis Okay, äh Okay Das ist gut Das kann ich mit Emeralds Alles machen Frag ich mich Oh, oh, oh Da kann man vieles machen Gell Also Rüstung Irgendwie Lündamid Rüstung Mit Limonid Okay Ich glaub'n Da ist meine Rüstung Besser Äh Was kann ich alles machen Noch Äh Jazz Upgrade Könnte ich Natürlich Also so eine Diamond Chest Es steht hier So ein Diamond Chest Upgrade Ähm Genau Was gibt's hier noch? Äh Universal Block Reinforcer Genau was das ist Reinforcer Äh Oh, oh, oh Hier steht schon wieder Gell Hier ein Geschenk Für deine Für deine Stärke Im Kampf Äh Okay Äh Was für eine Stärke Ähm Was krieg ich denn? Äh Ich hab noch so einen Herzcontainer Ich könnte Ich muss unbedingt demnächst Alle Sachen hier Äh Einlagern Bei Dings Hier Äh Was für ein Container Oh, oh Oh, oh Ein blauer Herzcontainer Okay Den nehm ich natürlich Danke 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 Gut Okay Es heißt wir eine Grüne Und jetzt irgendwie Blau Auch noch Blau Ja, ich muss erst mal Essen hier wieder Ich hab nicht mehr so viel essen Muss gleich wieder Das reinhauen In den Ofen Hiech mich Oh, 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 ne Ich hab ein Herz dazu Okay, nice Wir haben schon drei Herzen Warte mal Wenn ich jetzt eigentlich Warte mal Endert es die Farbe Wenn ich eigentlich Jetzt die wegnehme Nö Es ändert einfach nichts Okay Dann ist es glaube ich Oder wann Wenn ich es hier rein Ne Wann ich es irgendwo anders Auch noch reinlegen Ich denke nicht, oder Äh Da grün Grün Und Warte mal Kann ich das hier stacken Ja, ich kann stacken Äh So, genau Dann will ich mich wieder Okay, nice Ich hab schon drei extra Herzen Leute Okay, dann geb ich mal Erstmal vorerst Hier die Dings Ich muss jetzt gehen Götter Dinge machen Äh, ja Gott Ey, ihr kennt es ja Und da ist er auch Wieder verschwunden Okay, äh Dann würde ich jetzt auch sagen Das war's mit der Folge Äh Wenn der ist denn Wir haben richtig viele Sachen hier Äh Nämlich So, ich hab noch Nebenbei hier ein paar Äh Porkschubs hier rein Oh meh Und die Spitze Guck ich auch mal hier rein Äh Wither Ash Was auch immer man Wither Ash machen kann Äh Guck ich auch mal hier rein So Und das Schild Lass ich mal in mein Dings In mein Inventar Und hier ist noch eine Äh Wither Rose Okay Guck ich auch mal hier rein Dann will ich auch sagen Das war's mit der Folge Lass unbedingt ein Like Und ein Abo da Äh Für mehr am Minecraft Apollo Und wie gesagt Oh, hi Scharf Äh, ja Hi Scharf Ist wieder nach rausgekommen Wie gesagt Ja, das ist ein 30 Punkt Job hier Für saftige Merch Für einen richtig coolen Pullover Es gibt relativ viele Farben Ich suche einfach raus aus Und ich sag's jetzt nicht nur einmal Sondern, ähm Mehrere Mal Weil, äh Ihr müsst unbedingt jetzt bestellen Wenn ihr mal noch was zu Weihnachten Äh, wollt Irgendwie ein Geschenk haben Äh, haben wollt oder so Unbedingt jetzt bestellen Sonst unter Das schauen wir mir in den Grund Äh, unbedingt jetzt bestellen Das, äh Sonst kommt Sonst kommt das nicht mehr zu Weihnachten an Das ist relativ, äh Blöd hier Weil bei Weihnachten Äh, es wird auch mehr verkauft hier Nämlich Äh, deswegen Äh, ja Äh, bestellt unbedingt jetzt Äh, äh Nicht, dass ihr nachher irgendwie Äh, traurig seid Wenn ihr kein T-Shirtes habt Wie gesagt, lass ein Like Na, aber da Ja, ist auch der Ich vom Shop für einen saftigen Franzermatch Und, äh Ja, da muss ich sagen Aktiviert die Glocke Und ich hab gesehen 50% von euch Hab ich nicht abonniert Also abonniert mich unbedingt hier Äh, genau der, äh Der rote Knopf hier unter meinen, äh Unter meinen Kanal Äh, einfach, äh Einfach drauf drücken Das heißt abonnieren Äh, dann verpasst ihr keine Videos mehr Und dann werdet, äh Und drückt auch auf die Glocke Hier neben abonnieren Äh, dann werden Ihr werden, äh Kriegt ihr immer Benachrichtigungen Wenn ich ein Video hochlade und so Ähm, okay Ja, dann würde ich sagen Lasst einen Like da, aber da Und aktiviert die Glocke Und abonniert mich Und lasst einen Like da Und schreibt in den Kommentaren Wie ich, ähm Vielleicht demnächst Wer Tobs einbrechen soll oder so Und ja, das ist ein Like da, aber da Und ciao Piu Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.